Mein Name ist Dietmar Berger. Wir sind von der Firma Berger, der Betriebseinrichter, sind hier heute auf der Logimat stolz, dass wir unser 60-jähriges Firmenjubiläum feiern dürfen. Wir präsentieren unsere Lösungen in der Lagertechnik, Regalbau, die haben wir alle selber entwickelt und bedienen damit Industrie, Großkunden, Kleinkunden, öffentliche Auftraggeber und darüber hinaus haben wir ein Programm an allgemeinen Betriebseinrichtungen vom Abfallheimer bis zum Garderobenschrank. Wir können somit eigentlich alles bedienen, vom kleinen Unternehmen bis zum großen Konzern, von der Behörde bis zur Schule haben wir verschiedenste Möglichkeiten.